werden eine grenzenlose Macht bezeugen Abgestürztes Spiel Deswegen weiß ich leider, was hier so passiert Ähm, ja Noch dazu Letzte Woche, wenn das Video hier rauskommt Ist Das Spiel Command & Conquer Remastered angekündigt worden Beziehungsweise hat jetzt einen festen Termin Und ja, ich bin total hyped Hier gleich schon GDI T-Shirt wieder an, ganz klare Sache Ähm, auch wenn ich Notland habe So Jetzt müssen wir aber, wie gesagt, ich muss hier ein bisschen Gas geben Ich muss hier ein bisschen Ähm, schnell machen Weil ich weiß, die Mission ist was härter Die kann auf jeden Fall was Die Mission hier So Dann brauchen wir erstmal den Und dann machen sich Jury's schonmal, äh, die Kirobs schonmal auf den Weg Ja, Eintreffende Nachricht Genau Gebt mir eure Eintreffende Nachrichten Ich möchte sie warnen, Genosse General Jury hat einen eisernen Vorhang errichtet Dadurch werden seine Truppen erstmal unverwundbar bleiben Produktion abgeschlossen Na, nicht ein Dance-Move hier machen Zack Einfach Produktion läuft Einfach auf dem Weg bleibt Komm, hier, da, zack, angreifen Wir brauchen noch eine Raffinerie Du gehst gleich hier hoch Produktion abgeschlossen Du gehst gleich hier hin Einheit bereit Zack, gleich da hin Hundis Hundis Da haben wir Hundis Da hin So Hier kommt wieder hier runter Zack Jetzt noch nochmal ein paar Einheiten Die rotänderie ist gleich am Start wir müssen hier schön 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 verteidigen hier geht es auf jeden fall rund gleich das weiß ich habe ich noch in erinnerung ist dann die mission erinnere ich mich tatsächlich sehr gut da ja eigentlich meine lieblingsmission so in der reihe hier gerade ist also in dem spiel hier ist auf jeden fall das hat spaß gemacht hier das hat hier ein bisschen geht nicht mehr spaß gemacht dann noch da dann können jetzt gleich tesla spulen kommen wir brauchen noch mal ein paar leute hier oben ab da ins gebäude einer noch hier rein hier sind noch gebäude schön einnehmen wir hatten noch nen nein hatten wir nicht okay wir brauchen noch ein da tesla spule so apokalypse panzer so als absolute notverteidigung hier hinten schön stehen lassen weil hier kommt viel juries oder er arbeitet ja sehr stark mit juries was es für uns natürlich relativ schwierig macht stellen wir einfach unsere panzer nach vorne können wir richtig probleme kriegen so und weiter wir müssen weiter hier tesla spauen komm schon lass mich tesla spauen haben wir dann hier vorne mal alles angenommen gebäude verlassen ist schlecht hier ist noch einer da können wir noch weiter hoch guck mal da können wir rein zack dann noch ein aber da oben die linie ist mir jetzt dann tatsächlich doch noch ein bisschen zu heikel das machen wir jetzt auch erstmal noch nicht müssen wir uns jetzt erstmal mit den zwei hier vergnügen tatsächlich so da kommt der sammler hier oben schön das erz holen und dann mal langsam aber sicher eine gute verteidigungsstation aufbauen ja wie gesagt ich bin auf jeden fall volle kanne mega geil drauf allein nur wegen der ankündigung der trailer der sah super geil aus falls ihr nicht mitgericht habt auch auf meinem kanal nochmal alles dazu zusammengeschnitten alle infos die es soweit noch mal schön auf deutsch zusammengefasst also falls es wen interessiert bei meinen videos einfach auschecken einheit verloren oder kommt nach vorkalypse durch nein kommt nicht durch eintreffende nachricht genosse wir werden von niemandem mehr überrascht werden ich habe fertige pläne für einen psychosensor das kommt dieses gerät soll uns vor allen truppen bewegungen in seinem bereich warnen wir können wieder ruhig schlafen einheit befördert ja ruhig schlafen können war es so gesagt wollen wir doch mal hoffen so weiter hier weiter weiter Tester spüren Tester spüren wir müssen uns hier äh verbarrikadieren möchte ich fast sagen ne also das muss hier richtig rumsen so einheit verloren ja komm schon wir brauchen hier noch eine zweite Tester spüren hier oben so ich werde hier aber auch wieder ähm speichern müssen wie Sau weil halt einfach ja äh machen wir jetzt auch mal direkt zack speichern wir lieber so als dass es wieder oft abstürzt weil beim letzten mal ist es ja wirklich tatsächlich sehr oft abgestürzt ähm da möchte ich heute mal versuchen ein bisschen entgegenzuwirken komm da 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 Juri kaputt machen immer Juris immer zuerst die Juris Mensch Mädels müsst ihr doch wissen hm so jetzt geht auf jeden Fall gerade der Rubel ein bisschen ich baue hier mal ein paar Flak Laster ich weiß auch schon warum weil hier wird gleich irgendwann der Herr Kirov von Juri aufschlagen glaube ich glaube alle 10 Minuten oder so schickt der eine Kirov flotte los die hat es dann auch noch mal richtig in sich zack hier oben noch eine Tester spüren hier unten müssen noch ein paar hin also Tester spüren brauchen wir auf jeden Fall noch mehr als genug ja ich will mal da hinstellen hier dann gleich noch ein paar Sogesschütze hinstellen was ist können wir hier mal können wir hier mal ein bisschen ja jetzt mal die Panzer mit platt na 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 da kommt nämlich schon wieder genau da kam schon wieder hier Kirov ach Juri himself ne da habe ich dann wieder keine Lust drauf so Produktion abgeschlossen die Tester kommt ein weil da geht es jetzt gerade mal ein bisschen rund so hier weg machen genau schön da oh oh ey haben sie den tatsächlich direkt statt gekriegt glaube ich nicht ich meine gut da kann es jetzt nichts machen also nach Vorhang ist drauf zack der ist wenigstens platt direkt wieder Kriegsammler so jetzt gehen die auch wieder kaputt müssen wir hier noch eine hinstellen wir warten jetzt mal kurz gucken wir mal ob wir da das Kraftwerk hier gestellt kriegen nein tun wir nicht okay müssen wir das hier noch kaputt machen wunderbar so kann hier noch eine Tester Spügel dann hin auf die Höhe da kommen dann jetzt auch noch schön Geschütze hin ja jetzt kann es rund gehen ja wenigstens die Asche äh 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 grennt auf jeden Fall gerade muss ich sagen das geht dann schon mal aber hier brauchen wir noch mal Tester Spügel ne hier brauchen wir noch mehr Tester Spügel Action noch ein paar Geschütze auch eins weiter hinten da oben noch äh Geschütze hin ja dass man hier richtig schön verteidigt ist aber so viel Erz ist hier halt auch nicht da muss man dann schon mal drauf achten hier kommt noch eine Tester Spügel hin wenn dann unsere Kraftenerie safe ist ja die Mission hat es halt einfach von Anfang an schon ein bisschen dicker hinter der Ohren als die anderen muss ich sagen hier fängt man schon mit einer ganz anderen Anfangsschwierigkeit an möchte ich sagen so was kommt ihr da jetzt ist schon der dritte Sammler da ja sag mal Kumpel da sammeln hier hier da wird die Sammler Kumpel da nirgends vorn ja guck mal hier die Geschütze die ballern und ballern und ballern und ballern noch ein Geschütz da oben hin weil irgendwann wird das hier auch weg sein weil ich weiß auch nicht wo die hinwollen der mit seinen taufen Armeen hier einfach zack da noch ein Geschütz hin so dann will ich eine Atombombe bauen ich weiß auch noch nicht ganz so wie das möchte muss ich sagen jetzt müssen wir erstmal irgendwie gucken was ist hier überhaupt ne wir müssen mal ein bisschen irgendwie die Karte aufgedeckt kriegen ich glaub dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier die rennt da halt einfach mal durch die sind immer ganz gut zum entdecken weil die so wie hier wenn in vielzahl durchkommen nah kommen nicht ok ja hier ist halt hier ist his house so ne würde ich sagen da geht es halt die richtige rund das Gebäude dort wird nicht mehr lange stehen fahrzeug zack komm schon komm schon fahrt er sich vorfüßt nein fahrt er sich nicht dann wird jetzt wahrscheinlich nicht das Haus verlassen sollen oder haben wir den schon wieder jetzt gekillt die haben schon wieder mein na ich glaube es ja nicht welches Gebäude verlassen das ja ja gut alles klar oder der achso der ist jetzt so rum jetzt zurückfahren alles klar aber kumpel wenn du sagst das ist dein Weg dann ist das dein Weg gibt es hier irgendwie noch einen anderen Weg wahrscheinlich nicht so mal da hinfahren noch mehr Terror Drohnen wird nicht zu bringen die zwei Geschütze sind hier einfach zu schnell wir müssen mal ein bisschen hier die Grenze durchleuchten ansonsten macht man halt einfach den hier na hier kommt kein hier ist kein durch ne hier geht gar nicht gut ja da müssen wir dann halt mit äh mit guter Luftfeuerkraft oh da oben auch ok alles klar da wird dann einmal schicken die denn das wäre natürlich cool so den Psychosensor bauen wir mal jetzt müssen wir irgendwie ja machen wir einfach so triggern wir mal die Tessas Spule triggern wir mal die Tessas Spule triggern wir mal die Tessas Spule sie bauen aber ein Tier auf aber nicht geht nicht ja ich weiß du baust jetzt auch ganz 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 viele Tier auf so wenn ich glaube hier hinten platzieren reicht ne ok die wollen nicht mehr hier hinten ins Eck weil eigentlich wollen die hier irgendwie runter naja jetzt nochmal da hin und da hin und da hin dann wissen wir wenigstens wann da oben los geht immer hier schön reparieren reparieren nicht dass die hinterher auf einmal meine Tessas fehlt oder sowas könnte ganz frontal werden richtung gesetzt soo hier einen hinsetzen ok da wollen ganz viele hin schauen wir mal was da noch alles kommt ne ich meine eigentlich man muss nur einmal eine Base nur groß genug hier aufbauen dann geht das schon aber ich weiß wie gesagt sobald ich glaube ich selber eine Atombombe baue kommt der glaube ich auch mit Atombomben da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf muss ich sagen Quatsch 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 keine Chance ja geh mal hier unten noch entdecken da sind bestimmt auch noch die ein oder anderen Tesla Spule von dem soo wir bauen nochmal die bleibt aber viel mehr genau da ist aber schön dass der Piroz nicht mehr wird ne das hören wir gerne Tesla lässt büßen soo das geht gut hier ne ah das sind meine Leute das ist doch gut das sind meine Leute also eigentlich müsste ich das hier wegbomben und dann könnte ich mir den aber ich denke den werden wir jetzt gleich einfach irgendwann durchrushen Kirov mäßig halt einfach durchbomben ich denke ich fange da oben an und renne hier einfach runter sicher ist sicher so da haben wir dann jetzt auch einmal mal Kirov Armee hier kommen wir mal da hin und dann will ich weiter genau hier ne noch ein paar Flak Laster einfach weil sicher ist sicher wenn der gleich mit dem Kirov kommt muss ich gut und schnell reagieren man kann jetzt hier auch schon mal anfangen Flak Einheiten das erste mal so zu bauen so weil das Erz geht hier schon mal zur Seite äh zur Neige das heißt ich muss da jetzt irgendwas gegen finden ja das ist schon wieder das ist doch das ist ganz doch abgeschlossen ja jetzt sind meine zwei Dingsbums da kaputt Einheit verloren Gebäude verlassen komm schon komm schon lass nach lass nach nicht in den nicht in den ach man ne man könnte jetzt natürlich schnell äh verteidigen äh wie heißt Reparaturdingsbums äh bauen und dann würde das eventuell noch gehen aber der geht hier gerade auch so oh ihr seid oh 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 ne 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 dreht dann halt um was soll ich meinen ah ihr seid doch ihr seid doch Deppen ne Erzsammler unter Beschuss Produktion neu ja der wird jetzt kaputt gehen Junge 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 da ist der aber auch ne Einheit verloren Einheit bereit ja da werde ich viele Kiros brauchen halt einfach bis das hier alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle dass ich da so durchrenne Einheit verloren so ihr da hin Einheit verloren da oben kann ich dann auch einnehmen wunderbar der kommt jetzt schon wieder ein bisschen vermehrt habe ich das Gefühl ich muss jetzt aufpassen mit dem was ich baue weil ich jetzt gleich eigentlich echt nicht mehr viel Ressourcen habe also ich muss auch gleich den hier einfach einnehmen komm schon mach kaputt mach kaputt zack und direkt aufs nächste die Tester Spule ist ja eigentlich erstmal ja obwohl die geht schon schön dass die schon nicht kaputt geht aber komm schon komm schon werft noch ne bombe zack und dahin er das schafft er nicht mehr das natürlich jetzt ganz bitter geh weg von der Tester Spule du Vollidiot das hier ist natürlich auch ganz geil komm gib mal ein wunderbar schön gemacht einheit verloren na weiter Kiros 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 hier komm mach die, mach die, mach die Hunde Platz, mach die Hunde Platz na ja da oben ist auch Erd schon echt gut weg da brauche ich jetzt nur zwei Hühnchen die sich um den und um den kommen hier schön von unten rein das ist nur ein Rekrut von meiner ach so dann ist der der ist übernommen hier von dem ne also zack schnell auf den Juri gehen oi ja guck mal hier was ist denn hier ein Sideweg ok hier gibt es dann nochmal Erz gut zu wissen hier unten mal alles erkunden so ja jetzt habe ich um zu reichende Credits das ist schon klar kommt man hier oben überhaupt drauf nein kommt man nicht aber das ist natürlich auch nochmal gut zu wissen hier so wo ist mein Diver ah solange der da nichts macht so wir brauchen Kiros machen die kaputt nein die gehen nicht drauf ok ok hier könnte man auch noch gut rum kommen aber ja wir nehmen den Hauptleingang alles andere wäre da langweilig oder so hier kommt mal einer her ja ja da ist einer durchgekommen da ist einer durchgekommen das ist halt dann ah das darf nicht passieren das darf nicht so passieren da kommen auch immer mehr Panzer jungen 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 schade dass noch kein Helikopter da ist so aber das erinnert mich ganz gut zu speichern wie gut dass ich gerade gespeichert habe denn ja kurz danach ist dann tatsächlich auch das Spiel abgeschmiert na hier runter 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 ganz wichtig so hier Juuu Kiros ne zack wieder ein Team ihr kommt schon mal hier oben wir müssen den Eisern vorn hier gleich fertig machen doch da kommt der da kriegen wir dann jetzt hier wenigstens noch Fallschirmspringer so hier reparieren richtig reparieren ja die steht unter Beschuss da wir machen jetzt einfach mal den Eisern vorn platt weil der geht mir gescheit auf den Senkel so der sammelt sich jetzt nur hier um genau Eisern vorn zu machen das habe ich gerade auch noch mitgekriegt gehabt aber ja was können wir machen können wir nix da das doch auch mal ne komisch ja wenigstens die Tessa Spule hier noch retten können wir ja gut jetzt ist der kaputt komm schon komm schon komm schon haut den wunderbar So, ihr fliegt da oben hin. Viros könnt schon mal wieder weiter produzieren. Ah, den haben sie kaputt gemacht, tatsächlich. Ah, doof, ne? Können wir nichts machen. Aber wir versuchen, hier gleich weiter einzunehmen oder weiter mit dem Stress zu machen. Aber jetzt müssen wir erstmal den da kaputt machen. Ja, der kann da ruhig weiter drauf feuern. Habe ich eigentlich echt gar kein Problem mit. Aber ja, doch, weil er mir umstrecken wird. Der geht mir umsat. Ah, ist die Zwischendüse langsam laufen. Echt komisch. So, schön von weit oben. Da kam die sogar durch. Was ist denn los? Was ist denn los? Sack da drauf. Ah, hier oben ist auch noch. Ähm. Base oder was? Wollen wir auch nochmal gucken. So, direkt nochmal speichern. Wir mussten schon wieder laden. Da, ähm. Ja, schon wieder abgeschmiert war. Aber gut. So ist das eben. Können wir nichts machen. Gehen wir mal Gas. Ich weiß zumindest schon mal. Wir kriegen den albernen Vorhang. Hä, hä, ich hab euch gespoilert. Na, alles gut. Ist halt doof, dass es echt so oft abschmiert. Aber, ja. Was machst du? Da machst du einfach nichts. Das ist das Problem. Da machst du einfach wirklich gar nichts. So, wir legen da auch gleich unsere, äh, Fallschirmjäger ab, weil, wie, äh, so, weil dadurch die Flag noch mal ein bisschen, ähm, ja, benutzt werden muss. Und vielleicht unsere Kirovs dadurch noch eine Chance haben, durchzukommen. Zack, direkt da drauf umschwenken. Du gehst auf den. Nicht schlimm. Hauptsache Platz kriegen. So, du kannst hier nochmal ein paar Bomben. Dann wirst du noch ein paar Bomben los. Komm schon, komm schon. Ah, mit Explosion. Schade. Egal. Wir machen jetzt von hier an irgendwie einfach weiter durch. Zack, du gehst da. Du gehst mit da. Wenn der kaputt ist, gehst du direkt da drauf. Nicht schlimm, gehst du weiter da drauf auf das. Komm schon. Ja, schön. Ja, macht das Spaß. Lass die Bomben hageln einfach. Lass einfach die Bomben hageln. Schön, dass Atomkraft ja kaputt machen. Verseucht hier nämlich auch nochmal alles. Wie sieht's hier aus? Oh, reparieren. Das wäre die, äh... Oh, shit. Seh ich jetzt erst. Aber da stellen wir dann jetzt mal ein bisschen Unterstützung hiermit hin. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich Flak. Nein? Okay. Ja, dadurch, dass wir die Flak kaputt gemacht haben, ja, ist hier halt einfach, äh, um einiges mehr Ruhe eingekehrt. Ja, die stellen wir mal hier unten hin. Nicht, dass der Yuri noch meint, ähm, die irgendwie beschlagnahmen zu müssen. Ah, guck mal, was der sich da durchpompt jetzt hier. Da ist auch kein... Ach so, die haben keinen Strom mehr. Ja, ist in Ordnung, ey. Ist in Ordnung. Den hab ich nicht gecheckt. Hätt ich das gewusst. Hätt ich das gewusst. Hätt ich mich gleich hier um euch Panzer gekümmert. Quatsch. Ja, nicht schlimm. Zack. Die nächsten Kirovs kommen. Garantiert. Aber die haben wieder... Ach so, der hier... Der hat Strom, der hat keinen Strom. Das sind drei verschiedene Gegner. Äh, das ist auch, ne, das muss man erst mal... Ja, da ist auch geil. Ist da ein Yuri gerade am Kommen? Nein, das ist nicht gut. Dann können wir uns da raus trauen. So, hier weiter reparieren, reparieren. Schön weiter reparieren. Zack, den haben wir Platz. Alles klar. Der Rasis steht unter Beschuss. So, hab ich schon mitgekriegt vermacht. Und wieder, speichern. Ganz, 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 wisch... Wichtig. Ich kriege Sprachfehler heute noch. So, ist gespeichert, ist gespeichert. Zack. Ziel wählen. Und dann, hier klappt alles, ne. Nein, 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 aha. Und der Rasis steht unter Beschuss. Ähm. So, wo gehen wir jetzt hin? Hier, zack, einfach da rein. Einfach da rein mit euch, ne. Nicht, kein, kein Dance-Move-Act jetzt hier noch starten. Nur, weil ihr irgendwie leicht abdrehen müsst. Ich liebe Kirogs, ne. Ich liebe Kirogs einfach. Ah, Kirogs sind geil. Ja, hätte ich gewusst, dass nur der oben kein Ström hat, hätte ich den Kirogs auch noch nicht losgeschickt. Weil es einfach viel zu wenig dann sind. Wer hat den Watt hier übernommen? Irgendeiner hat hier irgendeiner übernommen. Ah. Da müssen wir gleich mal noch eine Tessa spielen. Weil die kriegt schon wirklich Struggle. So, da kaputt machen. Und dann eigentlich durch zu den Atomkraftwerken. Aber da werden sie nicht mehr hinkommen. Zack, dahin. Wer nimmt denn hier die andauernd was ein? Einheit verloren. Einheit verloren. Schön. Hat er noch Strom? Der hat noch Strom. Wo hatten wir bitte noch Strom? Der dreht nicht. Achso, und die ist einfach nur... Ja, ja wunderbar. Strom abgeschalten. Jetzt können wir hier eine Runde erkunden gehen. Mit unserem Kiroff. Ja, und dann können wir den hier nacheinander eigentlich schön Platz machen. Was nimmt der hier die ganze Zeit ein? Ich höre die ganze Zeit den Sound... ...vom, äh, Yuri. Als ob der hier irgendwas einnimmt. So. Was macht denn hier unter Schiff? Ja gut, da oben machen wir jetzt erstmal nichts weiter. Wir gehen jetzt hier erstmal... ...Höhe auf Höhe. Alles killen, was hier so ist. So. Wow. Was ist denn hier passiert? Will ich halt wissen? Jungens, jungens, jungens. Ihr macht der Ecke. Ja, ich denke, der wird jetzt nicht mehr mit Kiroffs kommen. Was ja schon mal eine ganz schwierige Sache ist. Ich habe eigentlich ja voll mit Kiroff-Angriffen gerechnet, aber... Na gut. Können sie nicht kommen, wenn ich nicht traurig komme. Aber das hat eine ziemlich, ziemlich, ziemlich beschissene Verteidigung, sich halt auf ein, äh, Kernkraftwerk zu setzen. Also gut, gegen die KI kann man es machen. Und zu reichen der Fädels. Ja, und zu reichen der Fädels. Das wissen wir mittlerweile. Geil, jetzt müssen wir unbedingt den da hier noch kaputt machen und den da, ne. Das ist ja... Ach, das ist ja ja nicht schlimm. Zack, komm schon. Machtkampf. Guck da. Irgendwann steigt der jetzt auch noch im Rang auf, wahrscheinlich. Und dann im Rang 3, äh, Kiroff. Oh, dem möchte man nicht begegnen, aber... Den möchte man definitiv nicht begegnen. In Rang 3, Kiroff, macht richtig Spaß. Ja, so richtig einsetzen können wir unsere Infanterie nicht, weil der einfach viel zu viel hat. Aber gut. Na, jetzt erstmal wieder ein bisschen, bisschen, bisschen Geld sparen hier. Zack, Rang 3, Kiroff. Der, äh, repariert sich jetzt halt auch nochmal ganz früh selbst. Hier sieht alles cool aus, ja. Zack, da hin. Alles kaputt machen, ja. Alles kaputt machen. Nächster Kiroff, auch direkt mit denen da, die die blauen Flammen da machen. Das ist es. Alleine, wie schnell der die, ähm, Bomben jetzt loslässt, ne. Richtig gut. So, wir speichern wieder, auch wenn's doof aussieht. Sorry dafür. Ja, und wir mussten nochmal laden. Schade. Ich hätte nochmal ein paar Mal mehr, äh, speichern können, einfach. Aber so ist halt nun mal... Macht man nichts. So, der geht wieder hier hin. Wir löschen jetzt hier weiterhin einfach den aus. Einfach haspel ich jetzt nicht immer mehr so, ne, was hast du denn gerade erzählt? Was hast du denn jetzt und so was? Ne, das ist halt auch echt eine dumme Angelegenheit, ne. Echt eine dumme Angelegenheit. Schön die Bomben fallen lassen, da geht der Hund drauf, da geht der Tessa-Kufer drauf. So, hier auch nochmal der letzte Zack, fertig, erledigt. Die Tessa-Spiele macht aber auch nicht lange mit. Na, dann hier um die Apokalypse kümmern. Hier einmal alles ausschalten. So, jetzt brauchen wir hier nur noch Asche. Was ist denn los, haben wir, ne? Nur noch Asche hier. So, den einen Gäuern noch verkaufen. Und alles machen. Wir brauchen Asche hier. Ich will so viele Kirog-Fips haben, wie es nur geht. Ah, schön, der ist gefördert. Das ist gut, ne? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, dann ist der Orangene jetzt gleich hier erledigt. Obwohl, der hat bestimmt hier oben noch was drin. Weil ich sehe auch immer noch Orangene Panzer von da oben kommen. So, und ihr kümmert euch dann mal um hier. Apokalypse-Panzer. Da die auch wegkommen. Ja, und weiter. Kirogs hin da oben schicken. Immer mehr Kirogs. Unser Sammler macht hier hoffentlich ein bisschen was klar. Mal noch ein bisschen den letzten Rest. Von dem, was noch da ist. Oh, macht kaputt. Die Schranke sind zum Schluss, oder? Ja, das finde ich auch schade bei den Games. So, manchen Games haben so ein bisschen mehr drauf geachtet. Manche Games ein bisschen weniger. Ähm, das halt, ja, man schön bauen kann, ne? Ich finde, Tiberian Sun zum Beispiel, kann man richtig schön schön bauen. Mit den Betonplatten und all sowas, ne? Und ich finde auch ein schön bauen gehört irgendwo, ähm, dazu, ne? So, jetzt teilen wir hier mal alles ein bisschen auf. Dass hier auch, ja, alles kaputt gemacht wird, ne? Oh, der ist echt gut angeschlagen, ey. Ja, da gehen die Bomben. Da, da, da lassen die hier die Bomben fallen, ne? Da, da werden die die Bomben fallen gelassen, oder so, richtig. Ja, den, den lassen wir jetzt erst mal außen vor. Da werde ich ja mal ein bisschen, äh, regeneriert. Und dann, was machen wir, ne? Wir müssen den einnehmen. Wir dürfen das, glaube ich, nicht kaputt machen. So, jetzt speichere ich halt einfach mal wieder, ne? Richtig, wichtig. So, alle Gebäude hier sind platt. Ja, da ist mal eins. Na ja, den Christus, da sind wir gerade am Anflug. Zack, da platt machen, da. Der müsste sich doch eigentlich reparieren. Warum repariert der sich denn noch nicht? Bin ich gerade echt doof? Haben wir hier schon wieder ein Parkierhaus? Da, ist noch Kierhaus. So, dann ist der jetzt auf jeden Fall ausgeschaltet, möchte ich mal fast sagen. Dann gehen wir jetzt erst mal die linke Seite hier, äh, gucken, was es hier so gibt. Und, ähm, ja, auch, äh, kaputt machen. So, hier müsste ich da, 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 da. Ne, hier hoch, ne? Und da durch. Dann könnte ich mit denen hier einnehmen noch. Und noch ein bisschen Asche tut ja nicht schaden, ne? Muss ich mal sagen. So. Du darfst dich erstmal vollkommen regenerieren. Das ist mir sonst... Was? Das ist mir sonst tatsächlich, äh, zu riskant. Um den Dreier zu verlieren, wäre krass. So. Ja, ne, wir fliegen halt wirklich von Anfang an. Wir machen direkt alle Flaksen auf dem Weg platt. Sicher ist sicher. Ah, die schönen Mauern hier auch, sowas, sowas ist schön, ne? Ah, ne. Zack, kaputt. Da ist, glaub ich, Face oder was? Dreht doch nicht immer um. Du müsst da langen. Mensch. Ihr wisstet doch auch. Ja, da sind die Klonstädte. Oh, guck mal, da haben ein paar Juri zum Start, ne? So, du gehst gleich da hin. Wenn jetzt die ersten Bomben fallen, gehst du gleich da hin. Zack. Oh, noch ein Dreier. Und hoch. Auch die Flak platt machen. Nein, oh, fuck. Den Strom ausmachen. Ganz wichtige Sache. Den Strom ausmachen. Oh, da sind ein paar Dreier jetzt im Start. Ah, der tut mir jetzt schon leid, ne? Der tut mir jetzt schon leid, ne? Drei Dreier hier plus den da unten noch. Hoffentlich geht jetzt der Strom aus. Nein, der Strom geht noch nicht aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Strom aus. Strom aus. Wunderbar. Das wollten wir sehen. Das wollten wir sehen. Das ist schön. Haben wir ihn einmal komplett den Strom ausgeschaltet. Ja, jetzt können wir aber da auf der Seite wird mit Sicherheit auch noch was sein. Sonst wäre nämlich schon längst auch, ähm... Wäre schon viel schneller der Strom ausgewiesen. Deswegen also Tester-Spuren oder sowas sollte man jetzt noch nicht kaputt machen. Weil es könnte durchaus passieren, ne? Dass dann hier die ganze Flak alles, äh, wieder Strom kriegt. Und leide ich jetzt keine Lust drauf. So, wir ziehen mal hier. Haben wir hier ein bisschen was? Ah, nein, ja. Hier dürft ihr da bleiben, oder wir kriegen, äh, euch brauchen wir nicht. Aber die Panzer, die dürfen dann gleich mal angerollt kommen, ne? Da dürfen wir dann gleich mal ein bisschen Action machen. So, hat er hier noch irgendwas? Nö, da ist ein Friedhof, ne? Jetzt nichts Besonderes. Dann fliegen wir direkt mal hier rüber. So fliegt man direkt schon hier rüber. Ich denke auch, einer bleibt mal hier, dass man dann hinterher hier alles kaputt machen kann. Ihr zwei könnt hier gleich mit hier hinfliegen. Ja, war einfach nur am Anfang ein bisschen Struggle, möchte ich mal sagen. Aber hinterher jetzt gar nicht mehr. Sobald man einmal hier unten das verteidigt gekriegt hat, ist es eigentlich relativ, äh, ist es gut abgelaufen. Wir speichern direkt wieder. Zack, fortsetzen. Guck mal, hier ist wahrscheinlich auch noch ein Atomkraftwerk, auch noch mal eine Klonschmiede und so was am Start. Ähm, jojo. Eins kann recht hier bleiben, hier hingehen. Ich muss den doch zerstören, den Kreml. Ja, den löschen wir jetzt schon aus, oder? Also da gehen wir schon mit einem Apokalipset-Panzer hin, oder was, und machen den kaputt, oder? Oder eigentlich müssten wir den tatsächlich mit Juris niederbomben, ne? Wir können natürlich auch schnell hier, ne? Atombomber um Kreml werfen, boah, ist auch geil. So, hier oben ist mit Sicherheit... Sind die drei eigentlich auch schneller? Ich glaube nicht, ne? Hier oben ist mit Sicherheit noch ein Atomkraftwerk. Da ist es ganz wichtig, das muss kaputt. Und dann können wir anfangen, hier alles, äh... Kaputt zu bomben, ne? Den ganzen Rest einfach. Ah, der kann schon mal da drauf. Sobald das Ding da kaputt ist, sag, du kannst jetzt da drauf. Jetzt ist vorbei. Sag, du da drauf, du da drauf. Sag, äh... Gibt's denn irgendwas? So, mach mal da kaputt. Du kannst da kaputt machen. Alles hier schön kaputt machen. So, es hat doch schön, hey. Der hat ja mal dann so hoch. Schlimm, schlimm, schlimm. Kriegt der denn? So, da noch. Kriegen wir den noch wieder? Den Führer? Ja, wunderbar. Kommt da noch welche hin? Oder rennen die einfach nur da rum. Okay. So, du machst hier noch den Rest kaputt. Du machst noch das kaputt. Du machst hier. Du darfst schon mal mit da rüberfliegen. Haben wir hier noch ein paar Kyroffs angekommen? Nee. Ich glaube, wir haben auch mehr genug Kyroffs. So, den hier noch kaputt machen. Du darfst da schon mal anfangen. Schön. Beförderung mögen wir, ne? Bestätigt. Die Radeummischung optimal. So, ich will da hin. Da kaputt machen. Dann da oben noch das letzte kaputt machen. Und dann sollten wir, hat der schon fast geschehen. Der ist ja schon fast kaputt, der Kreml, ne? Der ist ja schon fast kaputt. Wir rennen aber trotzdem noch mal hier mit unserer gesamten Armee, die wir haben. Rennen wir hier rein. Mal gucken, ob wir ihn noch erledigt kriegen von dem Herrn. Und dann dürfte jetzt die letzte Mission gleich fertig sein. Und dann haben wir unsere letzte Mission hier bei Command & Conquer dann auch erledigt. Also ich hoffe, das ist die letzte, aber ich meine eigentlich schon. Achso, stimmt. Wir haben ja, genau, wir haben ja das hier gebaut. Sie planen da kein Atomangreif auf Mütterchen Russland. Sieht aus, als wäre unser Raketenküro entdeckt worden. Warum? Juri hetzt uns Kyrox auf den Alp. Ha! Jetzt kommen die... Jetzt kommen die Kyrox. Das war das. Wenn man die Atombombe baut, dann kommen die Kyrox. Sehr gut. Soll er mal machen? Ich glaube, der ist jetzt schon so platt. Aber die Kyrox fangen wir noch ab, oder? Die B fangen wir noch ab. Zack. Jetzt hauen ja, äh, gehen hier alle mit da drauf. Einheit befördert. Einheit verloren. Ja, kriegen wir den, kriegen wir den, kriegen wir den. Komm schon, komm schon, mach den Platz, mach den Platz, mach den Schlassen. Einheit befördert. Zack, hierhin. Position bestätigt. Einheit verloren. Schlag bauen. Ja, aber ey, zwei Kyrox ist halt auch tatsächlich nichts. Da hatte ich dann doch mit mehr Kyrox gerechnet. Zwei Kyrox ist halt tatsächlich nicht viel. Damit kann der jetzt nicht, äh, wirklich punkten. Muss ich sagen. Ja, aber da hätte man sich halt so oder so schon fast gegen, äh, verteidigen können, ne? Der macht jetzt hier vielleicht noch unsere, unsere Base hier vorne platt, aber. Seid drum. Ja, auf die sieben Minuten Atombombe warten wir jetzt auch immer, ne? Wir machen jetzt hier ganz einfach. So. Boah, die drei Kyrox, die tun weh. Ja, jetzt sieht so aus, als, ah, guck mal, den haben wir noch kaputt gemacht. Sieht so aus, als hätten wir den Juri besiegt, ne? Ich weiß nicht, hier Luftwaffe. Ah, da wären noch mehr Juris gekommen, äh, Kyrox gekommen. Cool. Ja, Durchschnittzeit 1 Stunde 30. Äh, wir sind General, ne? 47 Minuten haben wir gebraucht, wenn man jetzt das ganze Neuladen, äh, mal wegrechnet. Ja, wunderbar. Hat ja dann ganz gut geklappt. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Äh, Kanal abonnieren nicht vergessen. Wie gesagt, allein nur wegen dem neuen Coman & Conquer Remastered Stuff. Auf Twitch vorbeischauen. Da wird jetzt ein Tag wird in Zukunft Zeit für Coman & Conquer sein. Ich sag, Servus und Ade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.